Wenn wir uns an die erste Folge zurückerinnern, unter anderem an die Darstellung in diesem Modell, dann sehen wir, dass in Corpora natürlich weit mehr steckt als nur Text. Denn zu so einem Text gehört nicht nur sein sprachlicher Inhalt, sondern auch Informationen wie Titel eines Texts, Autorinnen, welcher Textsorte ein Text zugerechnet werden kann und so weiter. Bei gesprochener Sprache können das Informationen zum Geschlecht, Alter, Herkunft oder Bildung einer Person sein. Diese sogenannten Metainformationen sind in CQP als Strukturattribute eingebunden. Das sind Attribute, die sich nicht auf einzelne Token beziehen, wie die Positionsattribute Word, Post, Lemma oder Class, sondern Informationen, die für einen längeren Abschnitt in einem Text oder einen ganzen Text gelten. In dieser Folge schauen wir uns an, wie wir mit CQP auf solche Informationen zugreifen. Beginnen wir damit, wie man Belege schnell nach einer Metainformation auszählt. Den Definitartikel The gibt es im BNC Baby 211.000 Mal. Angenommen, ich möchte wissen, wie sich die Belege auf gesprochene und geschriebene Sprache verteilen, dann kann ich den Group-Befehl verwenden. Der hat eine ähnliche Syntax wie die Count- und Sort-Befehle, ist aber in einem Detail etwas anders. Um nach gesprochener oder geschriebener Sprache zu gruppieren, brauche ich den Namen des Attributs, in dem diese Klassifizierung festgehalten ist. Das ist im BNC und BNC Baby Text-Mode. Wo Sie solche Informationen finden, das schauen wir uns gleich an. Dann gruppiere ich mit Group und dann als erstes Argument den Namen der Abfrage, also Last wie gehabt, dann an welcher Position des Suchmusters ich gruppieren möchte, nämlich fast immer am Beginn des Suchmusters, also Match, und dann kommt der Name des Strukturattributs, nach dem gruppiert werden soll, also hier Text-Mode. Dann bekomme ich die Belege aufgeschlüsselt nach Written und Spoken. Written und Spoken sind also die Werte des Attributs Text-Mode. Der Definitartikel ist offenbar sehr ungleich verteilt. Im geschriebensprachlichen Teil kommt er 183.000 Mal vor, im Gesprochenen nur 27.000 Mal. Sollten wir darauf schließen, dass der Definitartikel in der geschriebenen Sprache sechsmal häufiger ist? Mit solchen Schlüssen muss man sehr vorsichtig sein, denn die Zahlen, die hier ausgegeben werden, sind absolute Frequenzen. Man muss also immer erst prüfen, wie viel geschriebene und gesprochene Sprache insgesamt in einem Korpus vorhanden ist, denn es könnte ja sein, dass insgesamt auch sechsmal mehr geschriebene Sprache im Korpus ist und dann wäre dieser Unterschied allein mit der Textmenge erklärbar. Aber das können wir natürlich auch schnell prüfen. Dazu suchen wir nach allen Tokens, nämlich mit dem Match-All-Ausdruck, Klammer auf, Klammer zu, und sagen wieder Group-Last-Match-Text-Mode und dann sehen wir, es gibt sehr viel mehr geschriebene Sprache, aber eben auch nicht sechsmal so viel, sondern so etwa dreimal mehr. Also haben wir hier einen Anhaltspunkt, dass der Definitartikel in geschriebener Sprache häufiger zu sein scheint. Wie man Frequenzen normalisiert, also miteinander vergleichbar macht, wenn sie auf unterschiedlichen Textmengen beruhen, das schauen wir uns in der Fallstudie mal genauer an. Ich kann natürlich nach allen möglichen Strukturattributen auszählen und wenn ich nicht weiß, welche Attribute das sein können und weil man die sich sowieso nicht alle merken kann, kann man mit dem Show-CD-Befehl schauen, welche Attribute für einen Korpus verfügbar sind. Informationen dazu stehen normalerweise auch immer in der Infodatei zu einem Korpus. Fürs BNC ist diese Liste erschlagend lang und deshalb stehen die wichtigsten Attribute mit ihren Werten auf dem Cheat-Sheet. Nützlich sind zum Beispiel Text-Text-Type, Text-Domain, Text-Mode oder Text-Genre, alle aus dem Bereich der Textsorten. Machen Sie das zur Übung nochmal selbst mit diesen Attributen oder auch ein paar anderen, die im Cheat-Sheet gelistet sind, damit Sie ein Gefühl für die Syntax und die Attribut-Wertkombination bekommen. Und nutzen Sie dafür auch mal das BNC, um einen Eindruck zu bekommen von der unterschiedlichen Zusammensetzung der beiden Corpora.